29 juli 2023 nicht torsten on tour sondern das lens team on tour lens media tv ist heute in stuttgart zum christopher street mit dem motto nicht mit uns gemeinsam sicher und stark werden wir diese veranstaltung heute mal näher unter die lupe nehmen und natürlich auch mit den jungs und mädels die da demonstrieren mit feiern so so Untertitelung des ZDF, 2020 So jetzt alle hier, wie seid ihr drauf? Habt ihr den Fiesti heute? Wir sind auch mit euch! Aber ganz schön unrasiert! Warum? Ich hab doch einen wunderschönen grünen Bart! Aha, also eine grüne Frau! Eine grüne Frau von den Schwestern der Perpertuellen Indulgenz. Und wir grüßen Stuttgart und sagen Happy Pride! Ja, wir sind hier am LKW von Antenne 1. Wir werden mal hier nachfragen, ob wir mal kurz ein kleines Interview auf dem LKW machen können. Ich hatte in der Vorbereitung zum CST schon mal das Interview vom Verantwortlichen gehört auf Antenne 1. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir schauen mal, ob wir jetzt hier auf den LKW kommen dürfen. Das ist nicht so einfach, weil wir hier kein Check-In haben. Aber wir versuchen unser Bestes. Ja, wir sind hier auf dem Antenne 1 LKW. Wie seid ihr gut drauf für den CSD? Ja, ich freue mich! Ja, wunderbar! Wie viele Leute habt ihr heute hier auf dem LKW? Ich glaube, so 40, 50 müssen es sein. Okay. Auch Zuhörer, die haben gewonnen, die dürfen ja heute bei uns mitfahren. Ja, ja. Ich habe als Vorbereitung gestern das Interview schon mal vom Chef vom CSD gehört, von eurem Sender, weil ich bin Antenne 1 Fan. Das ist doch super, so muss es sein! Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe doch, euer Aggregat ist voll und ihr habt gute Musik mit. Ja, auf jeden Fall. Ich fahrt da ja schon dahin. Ich habe Sonne gebucht extra für heute. Mega! Mal sehen, ob das was kommt. Danke, danke. Super! Viel Spaß! Dankeschön! Danke, tschau! Ja, hier haben wir mal. Ja, wir schauen einmal hier auf ganz brave Jungs und Mädels. Im Hintergrund macht der DJ von Antenne 1 richtig Musiker. Hast du genügend Musik hiermit? Aber hallo, heute geht es richtig steil hier bei Antenne 1. Das könnt ihr uns glauben. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich bin ja ein Fan von eurem Sender, der macht immer klasse Musik. Danke, ja. Und wir geben heute auch wieder unser Bestes. Auf jeden Fall. Ich hoffe doch, wir sehen uns daher immer mal noch so nebenbei. Unbedingt, unbedingt. Alles klar? Servus, hallo. Ja, ich habe gerade von jemandem unten erfahren, dass ich hier den Chef finde für dieses Fahrzeug. Da unten ist unsere Kamera. Wie seid ihr draufgekommen, beim CSC heute hier in Stuttgart mitzufahren? Und von welcher Firma seid ihr? Wir haben das schon viele, viele Jahre auf der Agenda und wir haben auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine hohe Affinität zu diesen tollen Themen haben und haben zum ersten Mal dieses Jahr einen Bräuninger Wagen initiiert. Ich konnte mir ungefähr ausrechnen, dass das B wie Bräuninger ist. Ich finde es geil. Sind Sie denn direkt vom Bräuninger, oder? Ich vertrete mit meiner Kollegin das Haus Stuttgart und wir haben uns natürlich an dem CSC mit unserem Logo an den Farben orientiert. Wir haben ein Rainbow Bräuninger B drauf gemacht und haben damit praktisch auch gleich einen Wiedererkennungswert drin. Da sage ich einen wunderschönen CSC. Ich hoffe, hier der ganze Wagen ist top eingestimmt. Das sind bestimmt alles Mitarbeiter vom Bräuninger. Genau, wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Häusern hier heute zu Gast in Stuttgart. Wir rechnen schon mit 300.000 oder 350.000 Besuchern, die wir auch gerne ein bisschen glücklich machen wollen mit guter Musik und natürlich guter Stimmung auf dem Wagen. Und da geben wir richtig Gas. Ja, auf jeden Fall, rechner Sinn dann. Danke euch, viel Spaß. Bye-bye. Ciao, ciao. Ja, ein querer LKW. Ich muss mal schauen. Ja, hier ist natürlich ordentliche Party. Seid ihr gut drauf? Ja, super. Die Musik stimmt. So, wir haben jetzt kurz vor Demo beginnt. Ich würde sagen, Kameramann, Tontechnik. Wir gehen am Anfang zur Demo und versuchen da einiges aufzunehmen, wie die ganze CSD-Veranstaltung als Demonstration hier in Stuttgart abgeht. Dann packen wir zusammen. Und in die anderen Wuppel. So, go. Nein, die sind wohl hier vorgelaufen. Da vorne sind sie nett. Gleichstellung ist kein Glücksspiel, nicht mit uns. Und jetzt nochmal. Gleichstellung ist kein Glücksspiel, nicht mit uns. Genau. Ihr seid von wo? Und was ist euer Auftrag? Wir sind von Stuttgart. Ja. Ja. Und? Wir sind hier, also das Verstüm für die Gleichstellung ist kein Glücksspiel. Und dann haben wir natürlich noch zwei etwas andere, die fehlt und fragt und so. Die Friedenstaube. Wir sind die Friedenstaube genau und der böse ***. Nee, habe ich jetzt nicht gesagt. Das müsst ihr bitte rausschneiden. Okay, das machen wir. Die Friedenstaube ist unrasiert. Die Friedenstaube ist unrasiert, aber fliegt trotzdem schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, danke. Das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch Spaß nach dem Weg. Oh man, oh! Woos! 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 Es kann nur noch Sekunden dauern bis sich die Formation hier gebildet hat und eigentlich jetzt zur Demonstration durch die Stuttgarter Innenstadt sich formiert. Ich habe gehört 130 Formationen sind gemeldet und auf jeden Fall sind sie sehr gut drauf. Man sieht es und gleich standen auch die Trommler. Die ersten Fahrzeuge bewegen sich hier schon im Schneckenrembo. So sind hier live mit dabei und zeigen es euch. Wir demonstrieren natürlich genauso mit wie hier jede andere Formation. Die Leute sind einfach gut drauf. Sie wollen feiern und das machen wir heute genauso hier mit. So 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir brauchen noch eine! Natürlich! Oh-O-Oh-Oh, oh-O-O-oh! Et puis seulement quand c'est fini, alors non. Alors, non. Alors, non. Alors, non. Alors, non. Alors, non. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du bist da eigentlich im Kossex, oder? Yes! Und wie gefällt dir der CSD? Immer wieder hin, schau mir rein! Ja, die CSD ist hier auch sehr stark vertreten. Ja, die Fädenstaube in voller Schönheit. Ja, die Fädenstaube in voller Schönheit. Ja, die Fädenstaube in voller Schönheit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wenn natürlich jetzt jemand eine Handystörung hat, Vodafone wäre hier. Ja, wenn du jetzt ein bisschen was, dann wäre es ein bisschen was, dann wäre es ein bisschen was, dann wäre es ein bisschen was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir haben jetzt hier einen LKW von Frankreich und zwar aus dem Bereich Straßburg, wo die Jungs sich die größte Mühe gegeben haben, hier in Stuttgart auf unserem CSD mit dabei zu sein. Wir werden gleich sehen, was die Jungs sich hier für Mühe gegeben haben, um sich anzuziehen, umzuziehen. Auf jeden Fall, das, was wir bis jetzt gesehen haben, war schon sehr, sehr große Klasse. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ein LKW vom VfB Und der VfB zeigt auch, wir sind bunt und wild Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben jetzt die Gruppe des Fetischclubs von Baden-Württemberg Das ist hier ein ganz besonderer Bereich, wo auch einmal ein Pferd zu sehen ist Und wir hier natürlich auch ein paar dementsprechende andere Menschen sehen, die genauso hier in diese Demonstration reinpassen Wie alles andere, was wir hier gesehen haben, egal ob das politisch ist Aber diese Leute sind im Alltag auch in allen Bereichen Vertretende Wie gesagt, es geht hier eigentlich um einen gewissen Fetisch, was jeder Normalbürger auch hat Weil das Leben ist kein Mäuschen, wenn das Mäuschen dann in jedem Schlafzimmer berichten würde, was da abgeht Die Leute haben so viel Mut und zeigen es natürlich Und wir berichten auch genauso hier davon Der Puppi Germany oder Mr. Fetisch ist Mr. Fetisch Baden-Württemberg, Mr. Bavaria Es ist alles hier vertreten, was Rang und Namen hat Aus allen Schichten des Lebens Die Jungs sind einfach ganz okay Und sind es Jungs oder sind es Mädels, ist egal Sie haben sich hier die größte Mühe gegeben, sich anzuziehen Und den dementsprechenden Leuten auch zu zeigen, wir sind da Ich muss hier zu Mr. Puppi gehen Hallo Mr. Puppi, ich habe dich verfolgt auf Instagram Ja Ja, du bist ja Mr. Puppi geworden, dieses Jahr 2023 Ja Wie war deine Wahl? Gut Ja, es war eine tolle Wahl Puppi ist ja Puppi Germany und auch kein Mr. Titel Der ist natürlich gender-free Und ja, da kann jeder mitmachen, egal, unabhängig vom Geschlecht Und war auf jeden Fall eine geile Zeit, eine super Phase Tolle Menschen kennengelernt Und jetzt geht es heute daran, Projekte sichtbar zu machen Und auch die Community für uns Ja, es sind ja ganz viele Puppi sehr vertretene, würde ich mal sagen Ja, wie gefällt dir der CSD hier in Baden-Württemberg, besonders in Stuttgart? Also ich war schon mal in Stuttgart auf dem CSD, der war super Ich glaube, das ist der dritte oder vierte Größte Und wir machen den einfach zum Besten dieses Jahr, würde ich sagen Ja, würde ich auch so sehen Und ich freue mich hier auf genau euren Zug Mein Kameramann schimpft wieder mit mir Ich freue mich genau auf euren Zug Weil ihr zeigt eigentlich den Besuchern, was diese nicht haben Was sie verstecken, wird hier öffentlich gezeigt Ja, auf jeden Fall Also wir müssen rausgehen mit dem Fetisch zeigen Dass es auch ein Teil von Pride ist und ein Teil von der gesamten Community Und ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein Und einfach Happy Pride Ja, wir lassen uns ja einfach von der Gruppe überrollen Wir sind ja einfach mittendrin Es gibt genau Bällen gegen Homophobie Bällen gegen Homophobie Es gibt auch weibliche Papis Genau, das ist eigentlich ein Thema, was ich in NRW gesehen habe Dass die Papis die Masken runterziehen mussten Wie fandest du diesen Auftritt? Ich finde es nicht in Ordnung Weil es ist etwas völlig Alltagstaugliches und Ertaugliches in der heutigen Zeit Ja, ich habe es verfolgt und habe erst überlegt Was wird hier in Baden-Württemberg mit dem CST passieren, wenn die Papis auftauchen Ich finde es gut, dass auch viele Papis hier sind Und es ist einfach scheiße gewesen Ja Viel Spaß noch Dankeschön Hallo, Woff Hallo Wie bist du als Papi hier mit dem CST zufrieden? Sehr gut, bisher Vielen Papis lauten bei uns vorbei Wie bist du als Papi? Ja, eine ganz besondere Gruppe hier im CST Die Papis Ja 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 hier haben wir ein uhrgestein die laura vom club lauras die laura ist sehr engagiert was schwule lesbische wie sagt man organisationen anbelangt laura wie gefällt dir der cst es gefällt mir sehr gut und ich freue mich dass so belebt ist und dass so viele menschen mitmachen das ist unsere feiertag und das gehört so gefeiert zu werden laura ich muss eine frage loswerden wie alt bist du weil du gehörst eigentlich hier zum cst wie stuhl auf tisch oder top auf deckel jetzt wenn du sowieso mich ja auch dass sie viel 80 geworden ja wahnsinn wir bleiben hier auf jeden fall auf dem cst und die ganze stadt ist so bunt ja und da freue mich ich mache schon über 40 jahre noch mal 40 habe ich hinter mir so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020